Hi Ladies! Eliana wurde nach Portugal zu einer Hochzeit eingeladen und fragte mich daraufhin, ob ich für sie ein Outfit zusammenstellen kann, was ihre Figur schmeichelt und ihre schlichte und verspielte Art nochmal unterstreicht. Und da habe ich hier ein Outfit zusammengestellt, was Eliana lieben wird. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet auch nochmal alle Details dazu, alle Tipps und Tricks und die ganzen Links dazu, damit ihr nichts verpasst. Eliana, ich verspreche dir, mit diesem Outfit wirst du fast die Show der Braut stehen. Aber auch nur fast, denn die Braut soll doch noch im Mittelpunkt stehen. Aber ihr siehst, habe ich hier ein Outfit besucht, ein Kleidtisch herausgesucht, was deine Figur sehr, sehr schmeicheln wird und wunderschön an dir aussehen wird. Und wenn ich mit diesem Video hier fertig bin, wirst du sehen, dass dieses Komplett-Outfit für dich perfekt passen wird. Denn du hast gesagt, du möchtest ein bisschen deine Figur betonen, dass das Ganze noch ein bisschen schicker wirkt und ja, auf der anderen Seite auch ein bisschen schlicht, aber es ist Sommer in Portugal. Also ganz einfach hast du es mir nicht gemacht, aber das ist natürlich eine schöne Herausforderung, die ich gerne annehme. Und jetzt hier zum Kleid, warum es so wunderschön ist. Man sieht es ja, es hat einen wirklich genialen gelben, hellen Ton und allein das ist in Portugal dieses Jahr der Trend. Aber es soll natürlich auch an dir gut aussehen. Und da habe ich extra drauf geachtet, dass das Kleid ein bisschen von der Schnittart her ein bisschen abgesetzt ist und der Stoff sehr, sehr schön fällt. Denn wie du siehst, ist dieses Kleid komplett aus einer Lochspitze. Also keine Normalspitze mit verzierten Kleinigkeiten, sondern einer Lochspitze, was ein bisschen schlichter ist. Aber das ist noch sehr luftig locker und es fällt im Rockteil dann auch sehr schön. Und gerade beim Rockteil ist das so geschnattert, dass es ab der Taille ja sehr schön ausgestellt ist und beim Tanzen und beim Bewegen immer schön fällt und ja, die eine Bewegung nochmal unterstreicht und herrlich aussieht. Und im oberen Teil ist es ein bisschen enger geschnitten, als es nicht eng, dass es jetzt anliegt ohne Ende, aber dass das ein bisschen vom Unterteil abgehoben ist und dadurch, die eine Taille zaubert, die wirklich ein Hinguckerwert ist. Wenn wir die Taille dann nochmal unterstreichen, dass sie noch mehr hervorkommt und die schlanker wirken lässt, das kommt dann gleich noch, aber noch kurz zum Kleid. Hier habe ich noch darauf geachtet, dass es ein armfreies Kleid ist, denn es ist ja Sommer. Aber der Nachteil ist natürlich beim Armkleid, kirchliche Trauung in der Kirche, da sollte man vielleicht doch was auf den Schultern haben. Und da habe ich was rausgesucht für dich, was ja wirklich ein Eyecatcher ist. Denn zu diesem Kleid empfehle ich dir diese Kodigenjacke. Sie ist ja ganz einfach nur schwarz. Aber wenn man genau jetzt mal hinschaut, dieses Gelb und dieses Schwarz, wirklich Kontrast pur und sehr verspielt auch. Und die Jacke, die Kodigenjacke ist leicht transparent, meliert sozusagen, dass auch ein bisschen dieses Gelb durch den Stoff durchkommt. Und wie du siehst, ein Dreiviertelarm, wo die Armbündchen aus Leder gefertigt sind. Und das ist wirklich schon allein diese Zweierkombination. Ein Outfit, was du lieben wirst. Wenn es dir zu warm ist, ziehst du die Kodigenjacke einfach aus. Aber doch manchmal abends oder dann schon fast früh beim Party machen, kann es vielleicht dann doch schon ein bisschen kühler werden. Da ist so eine Kodigenjacke ja immer ein Hilfbringer und sieht noch genial aus. Und wie man das Ganze jetzt nochmal toppen kann, verrate ich dir. Denn ich habe dir ja vorhin gesagt, wie tun wir jetzt deine Taille nochmal betonen, dass du nochmal ein bisschen schlanker wirkst. Mit einem Gürtel, aber nicht ein normaler Gürtel, sondern ein Zweireihergürtel, den du gar nicht straff ranmachst, sondern schon sehr locker. Und auch die Riemchen nicht in den Gürtel einspannst, sondern auch einfach hier raussprießen lässt, dass das Ganze verspielt und locker aussieht. Und dadurch, durch diesen Kontrast, schwarz-gelb und im Teilbereich, dass es locker darum hängt sozusagen, hast du deine Taille nochmal unterstrichen und zieht dich nochmal ein bisschen in die Länge, dass du locker 2, 3, 4 Kilo leichter aussiehst und größer fallen. Und größer, da habe ich noch was für dich. Denn wie wir deine Beine, weil das Kleid ja knielang ist, nochmal richtig betonen und dir ein paar ewig lange Beine heranzaubern, quasi wir machen dich jetzt größer und nochmal schlanker, habe ich dir hier ein paar Plateau-Pumps herausgesucht, die zu diesem Kleid auch wieder im schwarzen, matten Lederlook daherkommen, mit vielen kleinen Riemchen, was den Gürtel wieder spielen soll. Schrägstrich ist es Sommer, damit du auch nicht schwitzt in den Schuhen. Ist das eine Wahl, die wirklich deine Figur sowas von gut tut? Du wirst es wirklich lieben, diesen Schuh. Vielleicht auch der Hinweis, manche denken jetzt, okay, der Pump hat 9 cm hohen Absatz, das könnte vielleicht unbequem werden beim vielen Tanzen. Jein. Hohe Pumps sind natürlich nicht so bequem, wie jetzt flache Schuhe. Aber bei diesem schönen Pump sind es zwar 9 cm, aber gelaufener Zentimeter sind es nur 7. Und dadurch, dass es auch ein schönes Material ist noch extra, ist er doch sehr, sehr bequem. Und jetzt stellt euch nur mal diesen Pump an den Füßen vor. Dann die ewig langen Beine, das schöne Kontrast zu diesem schönen Kleid, die Lochspitze dazu, der Gürtel, die Cordiganjacke. Das ist doch ein Outfit gemacht für eine Hochzeit. Und gerade für den Sommer in Portugal perfekt geeignet. Man kann das Ganze natürlich noch ein bisschen aufpumpen mit ein bisschen Goldschmuck oder auch, ja doch, Silber passt auch sehr gut dazu. Aber noch ganz wichtig, nicht zu viel Schminke auftragen und am liebsten, also ich liebe es am liebsten so, die Haare offen zu tragen. Dann, Alina, da wirst du eine Feier haben, die du niemals vergisst. Und die Hochzeitsgäste werden ja teilweise neidisch auf dich sein, weil du so wunderwunderschön aussiehst. Und wenn ihr, wie Alina, so ein schönes Outfit haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare, so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht und wie ihr ausseht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit für euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach auf mein Logo abonnieren und bekommt sozusagen das Video zu sehen, das Outfit und die dazugehörigen Sales. Ist das ein Deal? Ich denke schon.